Ah, ah. Ha! Hm. Hör dich. Ah. 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 Oh nein. Ha. Ha. Ha? Ha. 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 Ahhhh! Ahhhh! Feuer! Was hast du getan? Ich hab nächste Woche ein Gaming-Turnier! Was ist denn hier los? Ohhhh! Ihr habt die Laptops kaputt gemacht! Hm, vielleicht ist das besser so. Mama! Darf wir jetzt mehr Zeit zusammen verbringen? Lass uns Spaß haben! Lass uns blind wählen! Ahhhh! 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 Ohhhh! Meine Kinder spielen! Hast du das gesehen? Papa hat nen PC! Ohhhh! Der hat nen PC! Bitte stört mich heute nicht! Ich hab jede Menge Arbeit! Ahhhh! Ahhhh! Komm zu Papa! Ahhhh! Ahhhh! Was ist denn los? Wir wollen spielen! Oh, arme Babys! Hier! Ist etwas Eiscreme! Mal sehen, wer's zuerst verschlickt! Aber ich will nicht! Oh nein! Hey Leute! Ich bin krank! Deshalb bleibe ich heute den ganzen Tag zu Hause! Hey Leute! Ich kann nicht... äh... zu mir... mitmachen! Oh Gott! Was macht ihr denn da jetzt? Oh! Oh, oh, oh! Mau? Oh! Unsinn! Ihr geht jetzt zur Schule! Ah! Aaaaah! Oh... Bleib hier! Komm her! Jeder von euch hat eine Stunde pro Tag Zeit zum Spielen. Ich bin dran. Oh, deine Zeit ist um. Erledigt, erledigt, erledigt und erledigt. Geschafft! Du bist dran. Oh, noch 58 Minuten. Ich muss mich entscheiden. Rot oder blau? Die Zeit ist um. Mach deine Hausaufgaben! Aber ich hab gerade erst angefangen. Deine Zeit ist um. Eine Stunde schon? Oh, oh! Oh! So gehst du mir nicht zur Schule. Aber Mama! Und das hält dich warm. Deine Zeit ist um. Meine Zeit ist um. Ich spiele meinem Bruder einen Streich. Mom. Echt jetzt? Das ist alles, was du kannst? Kannst du es besser? Pff, wart es nur ab. Ah! Das ist mein Haftdray. Minus eine Stunde. Aber Mama! Was für ein toller Tag. Zum Spielen. Tja, egal. Ich werde am Handy umspielen. Es wird kalt hier drin. Ich habe zu viel gespielt. Aber Mama, bitte. Ich würde alles tun für eine Extrastunde. Alles? Bitte sehr. Oh, ich habe ihn noch nie so freudig beim Putzen erlebt. Zwei. Oh, ich habe die Tasse gespült. Braves Mädchen. Du hast dir eine Extrastunde verdient. Oh, Mama. Du benutzt deine Schminke. Was? Minus zwei Stunden. Oh. 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 Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Easy. Rennen? Ich liebe Rennen. Spundern. Essen ist fertig. Kann ich nur 15 Minuten spielen? Sie hat meine Stunde geklaut. Bitte. Aber, aber Mann. Ich sollte üben, bevor ich schlafe. Los geht's. Was war das? Ich brauch nur Wasser. Besser. Mein Schatz. Ich werde Geld sparen und meinen eigenen PC kaufen. Dann werden wir auch meinen eigenen PC kaufen. I can work your dogs, just give me cash. Please share some special chain. I'll give a rush to people in a rush. Play with kids for the wage. Give me money, I'll rush for a car. Yeah, I'll have to go that far. I want some money. I want some money. Give me money, I'll be amazed. Give me some money. I want some money. I want some money. Ich hab 50. Ich hab 15. Also haben wir 15,50. Ja. Hä? Hey Leute. Sorry, bin spät dran. Na Gott. Wir müssen uns vorbereiten. Ja, das geht. Was? Komm, ich brauch Hilfe. Wartet mal. Hey Leute. Kann ich mitspielen? Ist das Mädchen? Oh, mein nächstes Mädchen. Sorry. Ich glaub, ich hab einen von euch getötet. Macht nichts. Jungs, sammelt meine Sachen ein. Na, schon gut, wirklich schon gut. Töte mich das nächste Mal. Emma, ich bin fertig. Was machst du denn da? Leute, ich werd sie rauskicken. Los, hoch ab. Siehst du, die Jungs wollen, dass ich bleibe. Ich hab ne Idee. Zieh deine besten Klamotten an. Okay. So gehst du aber nicht raus, junge Dame. Aber ich geh nicht raus. Du gehst nicht raus? Hi Leute. Ich baue grad meinen Fortnite-Stream auf. Oh, vielen Dank für eure Kommentare. Ihr seid so ein nettes Publikum. Oh, ihr seid so toll. Vielen Dank. Emma? Emma? Was ist? 10K spenden? 10K spenden. Hi. Hi. Wie kann ich euch helfen? Also, ich möchte ein Laptop mit 32 GB RAM und 2 TB SSD. Wasserkühlung, 17 Zoll Bildschirm. Ja, okay. Und du? Ein Laptop, um Sims zu spielen. Na endlich. Leute, ich bin bereit für das Turnier. Puh, übrigens, was spielen wir wieder mit deinen Freunden? Bestimmt bald. Niemals. Also, welche Spiele spielst du mit deinen Geschwistern? Schreib's unten in die Kommentare. Hä? Huh? Mhm. 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 Meine ernstzries bury着ARD IN справri 먹을 Ich finde Tool gest Adventistief early in dem Angebot. Und zwar nicht. Ja wahrren wir uns.